Hi, ich bin Christina und für euch als Beraterin in Elsach tätig. Der Sommer steht kurz vor der Tür und somit auch der nächste Urlaub. Heute möchte ich euch einige Vorteile von unserer Kreditkarte erzählen. Wenn ihr ins Ausland geht, vor allen Dingen außerhalb von Europa, benötigt ihr unbedingt eine Kreditkarte. Mit der normalen Bankkarte kommt ihr nicht weit. Mit der Kreditkarte könnt ihr weltweit bargeldlos bezahlen, Geld abgeben, Hotels oder Flüge damit buchen. Über unsere Visa Goldkarte bekommt ihr, wenn ihr über unser Reiseportal bucht, VR Meine Reise, 7% vom Reisepreis wieder zurückerstattet. Außerdem habt ihr eine Absicherung im Ausland dabei. Es ist eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Reiserücktrittsversicherung oder auch ein Schutzbrief, falls ihr ein Auto mietet, für euch mit dabei. Somit seid ihr top abgesichert. Falls ihr weitere Infos benötigt, meldet euch gerne bei uns oder schaut auf der Homepage vorbei. Das ist eine Auslandsreisekrankenversicherung.